Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen nach langer Zeit zu einem Vlog. Wir haben zwar gleich 23 Uhr oder es ist bereits 23 Uhr, aber es macht nichts. Trotzdem haue ich den Vlog jetzt raus und wünsche euch dabei jetzt viel Spaß. Ja, heute habe ich mal ein wenig am Startzeug gearbeitet. Ich habe die Tomhalter Position hier verändert und zwar jetzt hier zu dieser Seite hin. Nach hier von der kleinen Tom und auch hier an der Seite von der größeren Tom. Dann habe ich auch hier die Floortom Position ein bisschen verändert. Und auch vom Pedal und meiner Hyatt her die Position ein bisschen verändert. Und die Bassstrom auch noch mal ein bisschen gestimmt. Und das habe ich quasi heute so gemacht und ich habe auch ein bisschen Startzeug gespielt und war auch Videos am Aufnehmen für YouTube. Allerdings kommen die nicht online, weil die absolut nichts wert waren, um hochgeladen zu werden. Denn ich habe einiges versucht und es hat nicht funktioniert und deswegen kommen diese Videos nicht hoch. Und ja, das war quasi sozusagen der Tag heute, der außerdem verbunden ist mit genervt sein. Ich bin immer noch genervt von vielen Dingen, die momentan stattfinden. Und was heißt genervt? Ich fühle mich mittlerweile belästigt durch gewisse Dinge. Und trotzdem muss ich ruhig bleiben. Und ich versuche mein Bestes, einfach ruhig zu bleiben. Und ja, so ist das halt eben. Also irgendwann ist es halt irgendwann so. Und ja, so ist das dann halt eben. Und außerdem war heute auch ein schönes Wetter, was es immer noch ist. Also man kann, wenn man ein gutes Immunsystem hat, ohne Jacke raus an die schöne frische Luft. Herrlich. Wirklich herrlich. Und ja, das Wetter war heute wirklich super. Und ja, so war der heutige Tag. Und wenn euch Vlogs gefallen, also wenn ich Vlogs hochladen soll auf diesem Kanal hier, dann lasst mich das bitte durch Kommentare wissen. Und wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst doch bitte ein Abo da und drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und bitte liked mich und gebt mir Kommentare und verteilt meinen Kanal nur so, wo ihr könnt. und so weiter und so fort. Und wenn euch das gefällt, dann ja, wie gesagt, lasst es mich bitte dann auch wissen. Also der heutige Tag und das heutige Wetter und so weiter habt ihr ja jetzt erfahren. Und damit beende ich quasi dieses Video und ich bedanke mich für das Abonnieren, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Disliken, für das Weiterverbreiten meines Kanals und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann morgen im Trump-Hangout. Also bitte seid dann morgen dabei. Bitte, bitte, bitte seid morgen im Trump-Hangout dabei, der morgen um 18 Uhr stattfinden wird. Und ja, also bitte, bitte, bitte seid dabei. Und ja, das war's. Vielen Dank fürs Anschauen. Vielen Dank fürs Abonnieren und so weiter und so fort. Ciao.